Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 17. Oktober 2017. Wir schreiben die Geek Talk Daily 226 und ich habe die folgenden Themen für euch mitgebracht. Mahlzeit, Crack, Huawei Mate 10 Pro und X, das Office 2011, Qualcomm, Plastik, Carpool, Karaoke, EdiQ, Maps in Irland und UFO. Dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal mit Facebook. In Amerika kann man jetzt über Facebook auch direkt sein Essen ordern. Also Dienste, die es sowieso schon tun. Facebook vereint das jetzt einfach auf seiner Plattform und bohrt somit die eigene Marketing-Position auf, also die Marketplace-Position auf, besser gesagt. Dann die Hölle friert zu und das ja ziemlich hässlich, denn man hat herausgefunden, dass der WPA2-Verschlüsselung im WLAN ein Loch drin hat und zwar ein heftiges. Da haben wir in der News-Folge vom Geek Talk ein bisschen mehr darüber gesprochen. Am besten hört ihr euch die Geek Talk 5317 an. Die sollte heute Morgen übermorgen so in dem Dreh rum rausfallen. Ziemlich unschön. Wenn ihr könnt, geht auf Kabel zurück und oder über das 4G respektive 3G-Netzwerk und nicht mehr über eure WLAN-Geschichten raus, wenn ihr dann Angst habt, dass ihr geknackt werden könnt. Und die Chance ist eben leider sicherlich eventuell gegeben, wie auch immer. Ziemlich unschön wieder mal, dieses Internet. Dann war heute der grosse Tag. Huawei hat das Mate 10 Pro vorgestellt, das Mate 10 und das Mate X, dieses Porsche-Design-Teil. Schönes Smartphone. 18 zu 9 in der Bildschirmdiagonale. Also das heisst ziemlich viel Display vorne drauf. Schöne Techniken innen drin, also viel Akku etc. Ich hätte es mir heute live anschauen können. Leider hat es nicht geklappt mit dem Freinehmen, dass ich da nach München hätte fahren können. Sehr schade. Sehr spannend ist auch, dass das Ganze jetzt sich, die Dockingstation hat ja Sony und, äh nicht Sony, doch Samsung etc. vorgestellt, dass man es an den grossen Screen hängen kann. Das Ganze funktioniert jetzt ohne Dockingstation, nur noch übers Kabel und noch ein paar weitere Geschichten. Vor allem das Machine Learning, sprich die ganze Geschichte dahinter ist sehr spannend, was da Huawei vorantreibt und auch die Partner, die dahinter sind, neben Google auch Microsoft unter anderem mit an Bord. Sehr cooles Teil und zumindest vorgestellt wurde es als das erste wirkliche Huawei, was auch Dual-SIM hat und auch so in Europa kommen soll. Jetzt hoffe ich, dass man da nicht nach der Vorstellung wieder ein bisschen zurückgerudert ist, dass wir das wirklich überall mit Dual-SIM bekommen. Für diejenigen, die das möchten, sicherlich toll, eigentlich mal ein Flaggschiff mit Dual-SIM zu haben. Dann gehen wir über zu Microsoft. Die haben angekündigt, dass sie Office für Mac 2011 nicht mehr unterstützen werden. Da gibt es keine weiteren Updates mehr. Macht auch mal Sinn nach so vielen Jahren und dem, ja, mittlerweile schon angekündigten für den nächsten Jahr 2019 Office, was dann kommen wird. Der Rechtsstreit zwischen Apple und Qualcomm geht in die nächste Runde und dabei will Qualcomm das iPhone aus dem chinesischen Markt verbannen. Da darf man natürlich für Apple hoffen, dass sie das nicht schaffen und sich die beiden einigermassen gütlich einigen können. Es gibt Neuigkeiten zu der Apple-Verpackung. Das ist mir auch aufgefallen beim iPhone 8 Plus, was ich vor kurzem auspacken habe dürfen. Neben dem, dass schon lange die Schale aus fast kompostierbarem Material, also ziemlich, ja, umweltgerecht daherkommt, sind jetzt anscheinend noch mehr Teile da eben umweltgerechter verpackt. Das ist mir besonders aufgefallen an den AirPod, also den, wie heissen die Dinger, Kopfhörerteilen, die Apple beilegt. Denn die sind nicht mehr in so einer Plastikhülle wie bis anhin mit verbaut, sondern in einem Kunststoff, also nicht Kunststoff, also einer Halterung, aus Pappe ausgeliefert. Ist somit natürlich nur einmal halt, also, ja, verwertbar, kann man nicht mehr weiterhin nutzen. Doch, sind wir ehrlich, bei den meisten ist das Teil eh in Abfall gelandet. Und somit toller Schritt, Apple macht weiter so und da dürfen sich auch weiterhin noch andere Leute dran messen. Weiter bei Apple, bei Apple Music, wer das Ganze abonniert hat, kann ja Carpool Karaoke sehen. Aktuell sind einige Staffeln draussen und jetzt kommen einige neue nach. Unter anderem Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, wen haben wir da noch? Cheryl Crow. Mal ein bisschen drüber scrollen. Ja, noch ein paar Persönlichkeiten sind da mit dabei. Ich habe mir das Ganze für einen Monat mal aktiviert. Sprich, ich bezahle einen Monat, dass ich mir die ganzen Karaoke Sendungen anschauen kann und mal schauen, ob ich sie nachher noch weiter nutzen werde, weil Musik höre ich meistens meine eigene und selten was gestreamtes. Dann gab es ein Interview mit Eddie Q. Er meinte, dass Apple die Innovationskraft, die ihn schon länger immer wieder durch die Medien vor allem und durch die Nutzer abgesprochen wird, gar nicht verloren hat. So ein Innovationsprodukt kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, hat er sicherlich recht. Mit dem iPhone X oder besser gesagt eben nicht, mit dem iPhone X muss Apple erst noch beweisen, dass das Teil wirklich so viel weiter ist als die Mitbewerbe, die so rumpfleuchern auf diesem Markt. Wir dürfen gespannt sein und ja, nächstes Jahr HomePod etc. Ich bin gespannt, wenn das nächste große Gerät von Apple kommt. Neben den AirPods natürlich. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple Maps. Ein neues Land bekommt den Nahverkehr, also den öffentlichen Verkehr in die Apple Maps gespießen. Österreich kann ja das. Deutschland glaube ich auch. Bin mir nicht mehr ganz sicher. vom letzten Berlin-Aufenthalt. Auf jeden Fall, die Schweiz ist ja leider immer noch nicht dabei und das neue Land ist auch nicht die Schweiz. Es ist Irland. Na dann, muss man wieder mal Richtung Irland reisen. Ist eh ein schönes Land, Reiseziel. Es gibt neue Luftaufnahmen über den Apple Campus. Das runde UFO, was da so rumsteht, ist mittlerweile ziemlich fertig, wie man auf diesem Video sehen kann. Wer das Video noch nicht gesehen hat und es interessiert, wir haben euch in den Shownotes einen Link dazu liegen lassen. Viel Spass beim Reinklicken, beim Anschauen und euch vor allem einen schönen Tag. Viel Erfolg und ja, wir hören uns morgen wieder am Mittwoch. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.